Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute machen wir einen ganz entspannten Talk. Holt euch gerne einen Kaffee oder etwas zu trinken, ganz entspannt reden. Ich denke, das ist das Beste, weil bei mir brennt der Helm. Ich habe so viel Arbeit hier auf dem Schreibtisch zu liegen, aber ich dachte mir trotzdem, wir machen mal so ein kleines privates Update. Es passiert ja immer eine Menge bei Maxim und mir. Und wir wollen ja auch auf dem Kanal wieder zurück zu den alten Videos. Ihr habt ja schon gesehen, wir waren ja letztens wieder zusammen einkaufen. Dann haben wir letztens ein Gartenupdate gemacht und dann wird es ja auch bald wieder Kochvideos geben. Und ich dachte mir, wir quatschen einfach mal und ich lasse so ein bisschen die letzten Tage Revue passieren. Es ist eigentlich allzu lange her, unser Tagesupdate, aber es passiert hier so viel, dass ich das so perfekt als Video reinschieben konnte. Meine Lieben, Feuer frei. Der Zimttäupe, der gestohlene Winter, der neue Adventskalender des Pelletier Verlags. Ab jetzt zum Vorbestellen verfügbar. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Ja, Maxim ist nicht da. Und immer wenn Maxim nicht da ist, denke ich mir, ich nutze einfach mal die Zeit, um euch so ein bisschen abzuholen, was so bei uns passiert. Es ist ja eine Menge passiert. Und ach, ich hatte einfach einen so schönen Moment gehabt. Nämlich vor zwei Tagen habe ich die kleine, süße Tochter meines besten Freundes getroffen. Sie ist ja ein Jahr alt geworden. Und es ist für mich ein so schönes und neues Gefühl, einen so kleinen, heranwachsenden Menschen zu sehen. Es war wirklich schön. Ich habe ihr ja ein Bobbycar geschenkt. Und allein diese strahlenden Augen zu sehen und auch das zu fühlen, wie sich dieser kleine Mensch verändert, wie sich dann so kleine Mimiken zugefügt haben und so. Also, ich bin so süß. Ja, also wirklich, ich finde, Kinder sind einfach so kostbar. Es war ein so schöner Moment, den ich da erlebt hatte. Und das wollte ich euch jetzt erst mal ganz kurz als Einstieg erzählen. Auf jeden Fall, Bobbycar mussten wir zusammenbauen. Hat gut geklappt. Und die kleine Maus ist mit dem Bobbycar schon gefahren. Selbstverständlich habe ich keine Bilder für euch. Aber es war alles wirklich total süß. Und ich habe mich da, ach, ich glaube, ich gehe so richtig in die, ja, in die Rolle des besten Freundes auf, der mit der kleinen Tochter sich gerne beschäftigt. Ja, das war einfach nur wunderschön. Ja, Maxim ist nicht da. Der ist unterwegs. Der muss arbeiten. Ich bin auch am Arbeiten. Unter anderem geht es in die letzten Züge. Mein Thriller Paul, falls ihr es mitbekommen habt, über 200 Seiten Thriller. Der letzte einer großen Pentalogie. Auch jetzt natürlich die gesamte Pentalogie mit über 520 Seiten, über 60 Illustrationen kann man auch bestellen. Vielleicht ganz interessant. Und natürlich wie immer der Zim-Töpel-Adventskalender. Falls ihr einen verschenken wollt oder selber noch keinen habt, schaut auch gerne im Pelletier Verlag vorbei. Und genau das ist es. Der Pelletier Verlag, der macht zurzeit so viel Arbeit. Und auch YouTube macht so viel Arbeit, dass ich mir so überlegt habe, ich werde vom Arbeitspensum ein bisschen runterfahren. Wie das genau aussieht und was sich da groß verändern wird, das weiß ich noch gar nicht so genau. Ich muss mal gucken, wo kann ich Arbeit einsparen? Allerdings, was ich jetzt schon sagen kann, ihr merkt es ja auch, es kommen ja sehr viele Bücher bei mir raus. Und das liegt ja nicht daran, weil ich die alle ineinander wegschreibe. Vieles gibt es ja schon von mir geschrieben, was ich ja dann nur noch mal aufarbeite und dann selbst verlege. Ich habe ja, oder ich schreibe ja, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe mit der John-Orion-Reihe. Und ich muss, was das Tempo im Verlag betrifft, jetzt mal ein bisschen runterschalten. Weil der Fokus liegt einfach auf YouTube. Das ist so, auf YouTube die Berichterstattung, auf dem TV-Kanal. Da liegt einfach der große Schwerpunkt aktuell, da ist die Nachfrage auch da. Und das macht mir halt auch, und das ist glaube ich auch noch mal ganz wichtig, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich bezeichne ja inzwischen wirklich auch meine YouTube-Trash-Arbeit wirklich auch als Arbeit. Zuerst, das wisst ihr ja, war das für mich immer nur so Hobby und aus Spaß. Aber inzwischen ist das schon wirklich, ist das wirklich auch richtig Arbeit. Und der Politiker Verlag hat sich so ein bisschen von der Arbeit hin weiterentwickelt. Anders. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Verlag seit dieser ganzen Corona-Geschichte, dass es halt einfach dem Verlag nicht so gut geht. Es gibt immer mal wieder, weil es gab immer mal wieder ein besseres Jahr, dann wieder ein schlechteres Jahr und ich glaube, das hat vieles auch kaputt gemacht. Und dieser Effekt, immer und immer und immer weiterzumachen und immer Einstein nach dem anderen wieder alles aufzubauen, das ist schon wirklich schwierig gewesen. Und da brauche ich jetzt erstmal auch für mich ein bisschen weniger Power. Das heißt nicht, dass es eine Pause gibt, sondern das heißt für mich, dass ich hier den Fokus einfach mal für einen kleinen Moment, vielleicht für die ersten Monate in 20, 25 mal ein bisschen verändere und das ein oder andere Buchprojekt damit ein bisschen nach hinten schiebe. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wild. Viele haben aktuell eh nicht die Kapazitäten zu lesen und die Geschichten sich durchzulesen. Es ist einfach auch ein bisschen, glaube ich, nicht die Zeit dazu. Jetzt zum Winter gibt es, wie gesagt, den Thriller, die Pantalogie. Da gibt es ja wirklich jetzt reichlich Angebot. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das ein bisschen fürs nächste Jahr ein bisschen ruhiger trete. Und ich glaube, das ist auch einfach nur gesund. Und zurzeit sehe ich sehr müde aus. Das habt ihr ja auch in dem letzten Talk mit Maxim gehört. Aber das ist temporär. Das ist jetzt über die zwei Wochen Promi-Big-Browser-Berichterstattung. Das ändert sich danach auch wieder. Der nächste heftige Schritt ist dann wieder das Dschungelcamp, wo ich ja dann auch immer sehr lange wach bin. Das ist halt das Problem. Wobei, nee, ich will das gar nicht so negativ betrachten, weil es ist kein Problem. Mir geht es ja gut. Ich bin wirklich völlig gesund. Und ich kenne die Anzeichen von einem Burnout sehr, sehr gut. Ich hatte ja damals meinen Burnout gehabt, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Und hatte ja auch fünf Jahre Psychotherapie, Burnout-Therapie. Deswegen meine ich sehr, sehr, sehr gut einschätzen zu können, was so Signale sind. Und kann mich da super, super hineinfinden. Und auch, wenn es soweit ist, auch dann die Notbremse ziehen. Aber ich fühle mich nicht erschöpft. Es ist immer noch ein Unterschied, müde zu sein oder sich erschöpft zu fühlen. Und ich bin nicht erschöpft. Ich bin voller Ideen, voller Tatendrang. Ihr habt das ja auch mitbekommen im Urlaub, ja. Es hat ja keine zwei Tage gedauert. Ich war ruckzuck erholt. Und dann gab es von mir schon ein ganzes produziertes Musikalbum, welches ihr euch im Übrigen überall anhören könnt. Und müsst eingeben, Peledia. Also P-E-L-E und dann D-I-A, Peledia. Da gibt es Musik von mir, ja. Ich habe mit der KI Musik gemacht. Ich selber habe die Songtexte geschrieben, aber mit einer KI überarbeitet. Zum Buch Pore. Das hat richtig Spaß gemacht. Das habe ich auch noch gar nicht groß angekündigt. Noch gar nicht so groß geschafft. Weil es war so eine Fließband-Situation, ja. Und natürlich auch, was das Haus betrifft, gibt es auch immer mal wieder so kleine Wünsche, was wir hier verändern. Wir waren jetzt bei Ikea, haben uns neue Vorhänge gekauft. Man versucht jetzt erstmal so ein bisschen im Dekorativen was zu verändern. Und das Haus noch wohnlicher für uns zu machen. Und ja, Gartenarbeiten. Zurzeit durch den Herbst, der jetzt hier wirklich über uns hereingebrochen ist, haben wir extrem viel im Garten zu tun. Maxim hat extrem viel um die Ohren. Aber Maxim ist ein Goldschatz. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was er mir an Arbeit abnimmt, die gemacht werden muss. Wo ich aktuell nicht so die Kapazität habe, ja. Und da ist Maxim einfach so großartig. Ich habe das letztens wieder ihm gesagt, wie super er ist, ja. Das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht manchmal nur so Handwerksgriffe oder Hausarbeitsgriffe, die ich in dem Moment gar nicht sehe. Und anstatt einem dann vielleicht einen Vorwurf zu machen oder so, macht er das dann. Und ich sehe das und kann mich dann bei ihm bedanken. Also das sind so Kleinigkeiten, wo wir in der Ehe wirklich gut miteinander harmonieren. Das war auch eine häufige Frage, die wir auch wirklich immer mal bekommen. Wie ist das denn jetzt, seitdem wir verheiratet sind? Und ich kann euch sagen, es ist noch mal schöner geworden. Man fühlt sich jetzt noch mehr zugehörig, noch mehr Familie als schon vorher. Vorher war ja unsere Verbindung schon sehr intensiv, schon sehr eng. Aber seitdem wir verheiratet sind, fühlt sich das alles noch mal echter an. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Es war ja vorher nicht unecht. Aber jetzt, wo ich mit Maxim wirklich auch so weiß, dass wir im besten Falle bis zum Ende zusammenbleiben werden, ist das einfach eine ganz, ganz schöne Erkenntnis für mich, die vielleicht auch in zukünftiger Planung eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Aber ja, mehr möchte ich jetzt erst mal gar nicht sagen. Also es geht uns auf jeden Fall gut, das wollte ich damit sagen. Macht euch keine Sorgen, auch wenn ich ein bisschen müde aussehe, auch wenn ich zurzeit ein bisschen viel Arbeit habe. Alles ist gut, ihr kriegt das ja mit. Ihr seht mich ja im Prinzip jeden Tag für die Hardcore-Zuschauer, die sich auf dem Trash-Kanal jeden Tag dreimal mit den Videos beschäftigen. Ihr seht mich ja, ihr kennt mich ja wahrscheinlich inzwischen besser als ich mich selbst. Macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Zurzeit brauche ich einfach nur diesen Zeitumkehrer von Hermine. Das würde einiges besser machen, meine Lieben. Ja, also ein kleines Update von mir heute am Freitag. Am Sonntag geht es hier natürlich weiter auch wieder mit Maxim. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut gerne auch auf dem Trash-Kanal vorbei. Da passiert viel in den Livestreams, passiert viel auf Instagram sowieso, meine Lieben. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.